Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video, wie ihr euch habt, auf diesem Kanal sind wir morgen gleich. Die letzte Folge war natürlich sehr witzig, weil ich habe ja gleich einen Alarm in die Bude gestellt. Und er hat sich tierisch drüber aufgeregt. Und er hat sich tierisch drüber aufgeregt. Es ist immer wieder witzig. Oh nein! Oh nein! Witzig, witzig. Ja man. Und Leute, ihr seht schon was ich wieder vorhabe. Aber eigentlich alles ist okay. Jetzt guck mal bitte nicht auf mein Bildschirm, weil es ist echt doof. Ich gucke ich auf dein Bildschirm oder was? Nö. Guck ich auf deinen Bildschirm? Nö. Also. Und du bist schon wieder hier irgendwo bei mir. Ich gehe weg. So. 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 Ich brauche ein bisschen dein Feld ab, ne? Hallo? Sorry, aber mach ich bei dir irgendwas kaputt? Nee, ist okay. Ist alles okay. Ich mach bei dir nichts kaputt. Ich mach bei dir nie was kaputt. Ich würd mich nie getrauen bei dir was kaputt zu machen. Das geht ja mir jetzt schon auf die Nerven. Das ist die vierte Folge. Okay. Ja ne. Kommt die Mama weg. Ist mir wurscht. So. Die sollte sich irgendwie hier vorne nehmen. Hast du bestimmt viel Spaß mit. Okay. Okay. Ich wünsch dir viel Spaß ja gleich. Bleibst du in deiner Bude drinnen? Hä? Ich will jetzt erstmal da draußen. Noch seh wieder irgendein Scheiße. Nein, ich hab nichts gemacht. In Anführungszeichen nix. Ich hab was böses gemacht. Ich weiß. Aber. Wenn du's findest, wirst du mich dafür töten. Aber es ist okay. Ich hab ne Sprengmeister ja sofort wieder am Start. Da gleich ist das nur noch triggert. So. Also ich muss noch mal gucken. Was haben wir denn alles bei den Mods? Oh, die sind gut. Da ist gut. Super. Serious. Alter, Noah! muss mich verarschen! Wie er guckt. Wie er guckt. Wie er guckt. Ich habe wieder die Nupke. Nein. Ich muss die Nupke wieder rauskommen. Ich habe voll das schlechte Gewissen. Sollte ich ein schlechtes Gewissen haben? Oh Gott, du bist so triggert. Ich repariere dir alles wieder, okay? Versprochen. Toll. Ich habe bis jetzt eh noch nichts großartig hinbekommen und du fängst schon an von wegen. Nein, ich spreche nichts weg bei dir. Ich spreche nichts weg. Ja, ich habe auch nichts weggesprungen bei dir. Nein, hast du nicht. Nur das, was ich mir extra... Ich wollte mir eben gerade extra die Farm aufbauen. Ja, ich helfe dir. Und die ist jetzt weg. Nein, ich helfe dir bei der Farm. Ja, toll. Lass es. Nein, ich helfe dir. Ich habe keinen Bock, dass du mir hilfst. Ohne Scheiß. Bin ich denn Erzfeiner, Birze? Ich habe keinen Bock, dass du mir da hilfst. Ohne Scheiß. Oh, nein, Tiger können wir Spann helfen. Ich baue dir das sogar schöner. Ich will es nicht schöner. So. Oh, hier ist ein bisschen was in die Luft gegangen. Ein bisschen was. Ein bisschen was. Ja, ein bisschen was. So, hier steht ein Grabung. Toll. Ja, oder? Super. Ein einfach Bock. Wann bleibst du zum Dorf? Ich habe gerade keinen Bock, da hinzugehen. Ich helfe dir gerade. Ich baue dir gerade alles wieder auf. Wirklich. Hier ist dein Grab. Musst du es abbauen. Ja, toll. Warum bist du so genervt? Warum? Warum bin ich so genervt? Entschuldige ich gar nicht. Warum bin ich so genervt? Warum? Verstehe ich nicht. Womit kann das wohl zusammenhängen? Das ist eine gute Frage. Ich habe dir deine Bude repariert. Ergleich. Was hast du? Ich habe deine Bude repariert. Ja, ich habe dir deine Bude repariert. Du musst nur herkommen. Nee, oh, scheiß, kommt doch. Ich habe dir deine Bude repariert. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hau ab jetzt. Wirkaufst du mir die Sachen jetzt noch? Nein, nein, ich war keine Absicht. Ich wollte, hier. Was ist denn noch gehabt? Ich glaube, die Cola hat die gehört. Für den Rest kann ich nichts. Du musst übrigens hier das... Alter, willst du mich verarschen? WTF? Ich habe nichts getan. Das hat man im Video gesehen. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Was soll die Scheiße? Ich habe nichts getan. Schaut im Video, Leute. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Ich bin unschuldig. Was ist denn das? Was? Wäre das jetzt wieder bei einem anderen Spiel passiert? Ich habe nichts getan, ich kriege auch gar nichts drin. Ich weiß, woran es liegt. Und zwar... Leute, ich habe noch in meinem Inventar eine Dirt-Mine gehabt. Und durch Inventory Tweaks hat er meine Dirt-Mine... Also, ich muss überlegen, wenn dein Stack leer ist, füllt er aus dem Inventar was Neues auf. Oder er hat dann die Dirt-Mine aufgefüllt. Du bist reingelaufen und bist gestorben. Du bist mein Häufchen-Elend gerade. Ich bin so abgefasst. Entschuldigung. Es tut mir wirklich leid. Als ob. Als ob dir das leid tut. Sorry, meine halbe Hütte ist hier kaputt. Und das tut dir leid. Du bist ja nur zufälligerweise der, der hier rumsprengt. Das war keine Absicht wirklich. Super. Nein, das war keine Absicht. Ohne Witz, das war keine Absicht. Da zwischendurch meine Scheißhütte wieder zu... Eine Kackhöhle, wo ich nichts Besonderes habe. Und selbst die sprengt er mir noch weg. Ohne Scheiß, ehrlich. So gemein zu waschpern, oder? Brauch kein Mensch, ey. Du bist auch kein Mensch mit so waschpern. Geil. Das ist daran geil. Ich meine natürlich... Alter, ich schwör dir, wenn ich irgendwann deine Hütte finde, ich spreng dir deine ganze Hütte weg. Nein. Doch, mach ich dann genauso. Und wenn dann irgendwas kaputt ist, mir scheißegal, dann ist es halt kaputt, fände ich aus. Oh, tut mir leid, war keine Absicht. Du darfst mir meine Bude nicht sprengen. Oh, das ist aber witzig. Oh, es tut mir aber so leid. Entschuldigung. Ja, jetzt entschuldigen Sie mich. Ich weiß ganz genau, was ich machen werde. Nein, machst du nicht. Doch, werde ich machen. Ich hab dir deine Bude komplett aufgebaut. Das ist mir scheißegal. Ich hol jetzt noch Glas, um deine Bude zu verschödern. Nein, interessiert mich nicht. Du brauchst gar nicht mehr, hier so angeschleimt zu kommen. Ohne Scheiß. Du willst meine Bude nicht zerstören. Doch, werde ich genauso tun. Guck mal, hier ist alles am Arsch. Und jetzt ist schon wieder so ein Scheiß-Zombie hier. Das ist gar nicht am Arsch. Da ist nichts am Arsch. Alter, ich mach dich hier mit. Da ist nichts am Arsch. Weil ich nichts anderes gerade habe, hau ich hier gerade mit einer... Deine Bude ist null am Arsch. Alter, wo ist meine Tür? Deine Tür mache ich gerade. Ich bin gerade... Nein, es ist scheiße egal. Ich will deine Tür nicht haben. Ich reparier gerade alles wieder. Jetzt kommt der nächste Arsch da. Ich reparier dir alles wieder, versprochen. Interessiert mich nicht. Jetzt kommt der nächste Scheiß-Zombie. Zwei! Wollt ihr mich verarschen? Ich hab eine Hacke. Alter, ich hasse... Ich raste gerade sowas von hart aus. Ohne Scheiß. Alter, wie viel Schaden? Einen Schaden! Alter, da kommt der nächste! Willst du mich verarschen? Ich sterbe! Nein! Rennen! Rennen! Kleine Waschper, rennen! Willst du mich verarschen? Ich hab den... Ey, das war... Dafür kann ich nichts. Na gleich. Nein, dafür kannst du nichts, dass ich kein Material mehr habe, dass ich gar nichts mehr habe, dass meine Schwerter weg sind. Dafür kannst du nichts. Nein, nein. Dass die Tür weg ist, dass deswegen drei Zombies jetzt bei mir in der Hütte drin sind, die mich töten gerade. Dafür kannst du nichts. Nein, das ist... Ich helfe dir jetzt. Nein, du brauchst mir nicht zu helfen. Du kannst einfach wegbleiben. Ich hab Lucky Block. Das ist die größte Hilfe. Einfach bleib jetzt einfach weg. Ich schenke dir jetzt Lucky Block. Das ist die nächste Woche. Wo kommen denn jetzt Zombies her? Hast du mir einen Zombiespawner hierhin oder was? Willst du verarschen? Ich hab dir gar nichts zu verarschen. Es sind vier Zombies jetzt hier. Willst du mich verarschen? Brauchst du mit der Hand. Weil du nichts anderes hast. Ich hau dir jetzt mit der Hand kaputt. Ja. Ich komm auch. Ich bin bei dir. Ja, verschwinde. Hab ihn. Ohne Scheiß. Kann doch nicht sein. Ich schenke dir einen Lucky Block. Ich will keinen Lucky Block, der wieder was weiß ich, irgendwas die Luft sprengt oder so. Nein, ich setze ihn dir nicht ins Haus. Ich will die Kacke nicht jetzt. Guck mal, ich baue dir sogar Glas hier. Interessiert mich nicht. Ich baue dir einen... Okay, ich mach's folgendermaßen. Ich bin genervt. Verschwinde einfach. Lass mich dir was erklären. Nein. Hier sind 25... Nein, ohne Scheiß. Jetzt ohne dich zu pranken. Hier sind 25 Greenforce Steine. Diese Greenforce Steine kannst du nur du abbauen und die Monster beziehungsweise... Coi, was interessiert mich das? Keine Explosion in der Welt kann was kaputt machen. Interessiert mich nicht. Ersetzt die Cobblestones damit. Das interessiert mich nicht. Ersetzt die Cobblestones damit. Mach. Alter, es interessiert mich nicht. Schön. Mich aber. Mach's. Ich will da einfach nur eine gottverdammte Tür drin haben. Ja. Komm, gib mir die... Komm, mach mal. So, und davor will ich einfach nur hier mein Feld hinmachen. Und das kann ich nicht, weil du mir nicht alles wegsprengst. Nicht nur sagen, es war keine Absicht. Nein. Es war keine Absicht. Es war ein richtig kleiner Absicht. Und da kommt schon wieder... So. Halt. Ich werde beschossen. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Nein. So. Zack, 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 zack. Ich hab die Arte... Bleib einfach hier weg. Warum? Ich baue dir noch ein Dach drüber. Nein, ich will kein Dach. Ich will extra kein Dach. Ich will kein Dach. Ich will kein Dach jetzt. So. Ich will da kein Dach haben. Ich hab dir nur ein Vordach gebaut. Guck mal, das hast du... Ich will kein Dach haben, weil ich da extra mir ein Feld hinmache, was mit Sonnenlicht beleuchtet wird. Lass die scheiß Tür jetzt da. Wie ist es bald rum? Es ist mir kackegal, was machst du. Mal. Hallo. Gruß. Verschwinde jetzt. Wo ist mein Eisenschwert, weil ist alles weg? Nein. Doch. Ich hab ein Eisenschwert. Ja, es ist schön für dich, dass du ein Eisenschwert hast. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich sterbe. Ich sterbe. Ja, falsch. Nein. Okay, ich hab's über dir. Die letzten drei Eisen, die ich jetzt noch habe. Ich hab auch nicht mehr viel. Ja, wie schön. Bevor hatte ich alles voll gehabt. Ich baue mich jetzt gerade nach unten. Ich muss meine Sachen nachgelegen. Oh, ich hab jetzt ein Glas. Meine Güte, ehrlich, was ein Scheiß. Oh, Scheiß. Ich hab nichts Böses gemacht. Nein, mein ganzes Zeug ist weg. Leute, schaut noch bitte die Parts vorher. Ich hab nichts Böses gemacht, oder? Seid ihr mir einer Meinung? Alter, voller. Du wirst dich auch noch mit dem Motz klappen und dafür, dass ich dich trolle, wirst du dich wahrscheinlich schon rechnen, oder? Rechst du dich? Jetzt stimmt kein Bock mehr. Rechst du dich? Ja, toll. Was bringt mir das alles hier? Rechnen ist cool. Was? Ja, ich rechne mich bestimmt auch mal an dir, wenn du irgendeinen Troll-Böden machst. Also, guck mal, das ist ein Projekt Creepy Craft, ja? Das machen wir zusammen und wir trollen uns natürlich auch gegenseitig mal. Ja, gleich. Aber nicht am Anfang. Doch. Und nix mit Sprengen an den Häusern, Mann. Nein, das machen wir jetzt als Regel, wir dürfen nicht an den Häusern sprechen. Ja, nee, du kriegst das noch ab, ich schwörs dir. Nur weil du weißt, dass ich es machen werde. Ich sprengst deine ganze Scheiß-Bude, werde ich dir wegsprengen. Nee, oder? Bis zum letzten Stein wird alles weggesprengen. Dann sag ich auch, ja, jetzt machen wir die Regel, jetzt wird nix mehr, jetzt wird nichts mehr, jetzt machen wir die Regel, jetzt sagt kein, nix mehr gesprengt werden. Nein, 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 nein. Doch, weil dann, dann habe ich mich gerecht und dann... Du sprenkst mir dich bei der Bude. Doch. Nein. Ich habe dir nur deinen Eingang gesprengt. Ich habe dir nichts in deinem Haus gesprengt. Ich habe ja gar kein Haus. Das ist mein Haus, was du gesprengt hast. Ich habe dir aber keine Kisten oder sowas weggesprengt. Das war aber knapp dran. Ja, aber das ist doch scheißegal. Ich habe dir keine Kiste weggesprengt und von daher ist alles okay. Oder? Siehst du doch ganz genauso, oder? Nein, das sehe ich nicht genauso. Nein? Wollen wir nicht. Oh, das war voll günstig. Das ist von dir doch hier, diese Chain. Ja, ist es auch, aber das darfst du behalten. Einfach so, weil ich es so lieb sei. Du kriegst sogar von mir Diamantengeschenk. Nein, die will ich nicht. Ich will keine Diamanten. Dafür, dass du mir nicht die Bude in die Luft springst. Ich will keine Diamanten. Willst du meine Bude in die Luft brengen? Ja. Nein! Doch, aus Prinzip will ich das jetzt. Ja, dann mach's halt. Ich habe sowieso einen Bunker, den kannst du sowieso nicht zerstören. Hast du eine Ahnung, ich habe jetzt immer eine Möglichkeit gefunden, das weißt du. Ja, kannst du aber nicht. Ich finde immer eine Möglichkeit. Wirklich? Bring dich wirklich weiter aus in die Luft. Hä? Du bist doch schon wieder hier irgendwo. Du bist doch schon wieder hier irgendwo. Was ist denn das schon wieder für eine Scheiße? Das ist Bettro. Kann ich jetzt einfach mal ein paar Minuten irgendwie mal einfach mal ohne, dass du mich ständig in irgendeiner Natur trollst irgendwas machen? Ja. Okay. Ich lass dich in Ruhe. Herrgleich! Oh, warte mal. Ich bin... Ich hab keine... Hör auf! Ich hab keine Herzen! Ich hab keine Herzen! Bitte! Bitte lass dich in Ruhe! Na, Alter! Nein! 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 Du machst ja was zu essen! Doch, ich hab' nen Ding. Steak! Ich ess jetzt ein Steak! Bin dischuld! Ich hab dir ne Kartoffel in geworfen! Lasst mich in Ruhe jetzt einfach! Meine Fresse! Das kann doch nicht wahr sein! Herrgleich! Ist alles ok? Ist wir quitt? Wir sind... Wo denn? Zum dritten Mal ist die Scheiße hier weg! Wo sind wir quitt? Bitte! Erklär mir! Wo sind wir quitt? Das weiß ich aber nicht! Das war ein Creeper! Ja, warum war der jetzt da? Warum war das so? Ja bestimmt nicht, weil ich da war! Alter, meine Güte. Das war wegen deiner eigenen Doofheit, muss ich jetzt gerade mal sagen. Dass der Creeper bei dir explodiert ist und nicht bei mir. So, ich baue mal eben was, okay? Alter, das kann einfach nicht sein. Mein Haus läuft super, bei dir? Willst du mich verarschen? Willst du mich eigentlich hier nur verarschen gerade? Wie läuft bei dir mein Haus? Eine Tür habe ich noch. Hast du eine Tür mitgenommen? Da unten war eine Höhle übrigens, oder? Da unten war eine Höhle, was? Warte mal, das ist ja deine Höhle. Sorry, ich bin in deiner Höhle gewesen, auch zu sehen. Ich glaube, ich bin zum Erzfreund dann gleich geworden, oder? Das warst du schon immer. Das war ich schon immer, perfekt. Gut, da habe ich alles richtig gemacht, oder? Ich brauche Kohle, hast du Kohle für mich? Du kannst mir jetzt einfach gestohlen bleiben, ohne Scheiß. Bleib einfach weg von mir jetzt hier. Da habe ich ein bisschen Kohle von dir. Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Bleib jetzt weg von mir. Aber Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob das... Achso, übrigens. By the way, ich möchte jetzt keine Hater-Kommentare in den Kommentaren haben. Von wegen Herr Gleich überreagiert, oder ich bin Kacke, oder was weiß ich was. Das ist alles nur Spaß. Nein, das ist nicht. Das ist alles nur Spaß. Es soll... Wir Herr Gleich und ich verstehen uns supergut. Was? Kann denn zahlen? Ansonsten... Ja, genau. Ansonsten würden wir nicht so ein Projekt zueinander... Miteinander machen. Zueinander... Nein, miteinander machen. So, eigentlich gegeneinander. Aber naja... Ich habe bis jetzt Herr Gleich nicht geträumt. Was? Du scherarschen. Ich habe nichts bei dir gemacht. Nein! Ich kann auch übertreiben, was ich aber nicht machen werde. Weil ich bin so lieb immer zu dir. Oh, das ist eine gute Idee. Das kann ich bauen. Das macht bestimmt Spaß. Wenn er das schon sagt, habe ich jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Ich mache dir nichts. Nein, mir nicht. Nur meinem Haus. Ja, das ist ja was anderes. Nein, das ist nichts anderes. Ich habe kein Eisen mehr. Kannst du mir Eisen geben? Nein, du kriegst von mir kein Eisen. Weil ich nämlich selbst nichts mehr habe. Zufälligerweise. Warum habe ich nichts mehr? Warum habe ich nichts mehr? Weil mein Herr sofort hier der Meinung war, er muss hier rumspinnen. Nein, ich habe nicht rumgespinnen. Nein, du hast nicht rumgespinnen, du hast rumgesponnen. Na, auch nicht. Doch, hast du. Nein, ich habe alles regelkonform gemacht. Oh Gott, Mann. Alles regelkonform. Aber Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob euch das Spaß macht anzugucken. Weil ich finde, das ist irgendwie witzig. Ohne Witz, das ist, mit der gleiche zusammen... Ich wusste, dass das witzig wird. Das kann ja nur witzig werden. Gell? Skelett! Ich habe das Wäschbett. Ah, ich sehe dich da. Du bist direkt neben meiner Höhle. Der gleich. Schön für dich. Warum schön für mich? Schön für dich, oder? Ah! Zombie! Das Gold! Ich habe Gold! Ich schenke dir übrigens einen Lucky Block. Nein, ich will keinen. Warum nicht? Du bist dabei. Nein! Ich habe keine Lust mehr auf Lucky... Lucky... Nein, aber ich mache ihn dir zu einem Very Lucky Block. Bedeutet, du bekommst Glück. Okay? Was? Ich mache dir einen Korromes. Du drängst mein Haus nicht in die Luft. Aber dafür schenke ich dir einen Lucky Block, der... Ich habe so schön viel Gunpowder inzwischen. Nein, oder? Ich bin schon reich. Ich habe... Ich habe inzwischen so viel Gunpowder, dass ich mir ein hunderter Tier in die machen kann. Ist mir egal. Dann mache ich ein hunderter Tier in die und spreng mir halt die paar Blöcke, die ich hier habe, wieder weg. Nein, ich spreng die nicht zu dir. Weil ich bin lieb zu dir. Ich bin lieb zu dir. Kann man so verlogen sein? Wieso verlogen jetzt schon wieder? Ich bin lieb zu dir. Ich bin lieb zu dir. Ich bin lieb zu dir. Ich bin immer lieb zu dir. Soll ich nochmal ganz gucken, was deine Farm macht? Nein. Bleib einfach weg. Ich habe übrigens... Nein, erstmal ohne Witz. Gleich. Warte. Geh weg jetzt. Geh weg. Ich mache nichts. Achtung. Guck mal bitte bei Mod. Bei Mod. Geh mal bitte auf E. Mod. Mod. Nei. Substance. Oder du musst da unten was rausmachen. Ich will dich jetzt wirklich nicht verarschen. Oder hier. Ich zeig sie einfach bei mir. Ich zeig sie einfach bei mir. Geh mal auf Mod. Dann Open Blocks. Und dann... Wo war's? Hier Springer. Dieser Springer, den kannst du hier nicht mitsetzen. Der lässt deine Weizen oder was auch immer sehr schnell fahren. Also sehr schnell wachsen. Dadurch, dass er die die ganze Zeit bewässert. Okay. Wie geht das? Du brauchst so einen Tank. Das sind 4 Obsidian. Das kann ich dir schenken. 4 Obsidian. Das schenke ich dir. 4 Obsidian. 4 Obsidian. 4 Obsidian. Ich habe weder eine Diamantsbesacke, noch habe ich Obsidian. Ich schenke dir das. Für Gott ja nur 4 Obsidian. Ich schenke dir das. Nein, ich will es nicht von dir geschenkt haben. Ich suche mir das selber zusammen. Das ist mein Stolz. Und jetzt? Ja, und dann gibt es halt hier ganz viele Sachen. Und ich gucke sowieso mal, was kann man noch zum... Nein. Ich schenke dir noch was. Nein, geh weg jetzt. Ich will nichts mehr geschenkt bekommen. Warum nicht? Nein, ich will nichts geschenkt bekommen. Ich bin jetzt getriggert. Bist ein Feind gegen mich? Ich bin jetzt getriggert. Warum bist du getriggert? So. Warum bist du getriggert? Warum wohl? Ich kann auch mal eine Bude aus Bedrock bauen, ne? Mach doch. Da kannst du das nicht. Finde ich noch irgendwo ein Loch, wo ich... Nö, aber ich brauche eins aus Security Craft. Kannst du ja dann hinterher in der Luft versuchen in deine Hütte reinzukommen, wenn alles drumherum weggesprengt ist. Das kann nicht funktionieren. Wenn die ganze Erde drumherum weggesprengt ist und die ganze Minecraft-Welt weggesprengt ist, dann kannst du in deinem Obsidian-Ding drin bocken. Das kann nicht funktionieren. Hast du ne Ahnung was? Einfach aus dem Grund, weil du kannst mir nicht meine komplette Insel weg sprengen. Das ist das Projekt innerhalb von ein paar Volt vorbei. Und das will keiner. Die hängt dann in der Luft. Keiner will, dass das Projekt bald vorbei ist. Wenn du mich noch einmal schlägst und nicht gastfreundlich bist, gibt's Ärger. Mach! Komm her! Komm her! Ja, ich komm zu dir. Komm her! Komm her! Komm her! Schlägst du mit dem Schwert? Nee, bitte. Komm her! Komm her! Oh ja, jetzt kommt der Baseballschläger. Hör auf! Gib mir den Baseballschläger weg! Piu! Halte! Geh weg! Ja, genau. So. Perfekt. Passt. Geh weg! Ich geb dir was zu essen. Geh weg! Nein, geh weg! Ich hol mir selber was zu essen. Ich will von dir nichts zu essen haben. Ich geb dir was zu essen. Ich will von dir nichts zu essen. Du bist nicht vergiftet. Komm her! Ich will von dir nichts zu essen. Schon allein, dass du sagst, es ist nicht vergiftet. Das heißt schon für mich, da ist Gift drin. Verspink jetzt einfach. Ich bin bei dir. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Alter, wo bin ich jetzt? Geh weg! Komm! Lass mich in Ruhe! Du musst was essen! Nein, 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 sterbe ich! Du regenerierst nicht! Du musst bei dir! Du hast doch ein Steak dabei! Ess es doch! Du hast doch ein Steak dabei! Ach, da ist ja eins, tatsächlich. So, jetzt geh weg! So, Aua! Alter, geh weg! Hi! Wie geht's dir? Geh einfach jetzt weg! Wie geht's dir gut? Komm! Ich geh mit dir in eine Höhle! Nein, geh weg! Wollen wir in eine Höhle gehen? Wollen wir zusammen spielen? Wollen wir zusammen Minecraft spielen? Alter, geh weg! Zeit miteinander verbringen! In diesem schönen Projekt! Wollen wir? Komm! Geh einfach weg jetzt! Geh jetzt hier! Herrgleich! Ah, da bist du! Hallo! Nein, ich bin... Nein! Er flieht mir! Aber ich hab mich wieder raus! Herrgleich! Wo bist du? Da! Da! Herrgleich! Wollen wir zusammen Minecraft spielen? Geh weg! Willst du eine Rose haben? Du stinkst! Willst du eine Rose? Ich kann dir eine Rose geben! Komm, ich hol dir eine Rose! Ich hol dir eine Rose! Okay? Ich hol dir eine Rose, Herrgleich! Ich will keine Rose! Hier ist eine Rose! Hau ab! Ich will keine Rose! Ich will keine Rose! Wo bist du hin? Scheiße, ich hab dich verloren! Ich muss mit der Fiedel in Moskau! Wo bist du? Tja! Und damit hab ich verloren! Hab ich dich verloren! Wo sollst du sein? Du machst du jedenfalls, oder? Hier! Haha! Ja! Willst du eine Rose haben? Hier eine Rose! Nein! Ich bin bei dir! Hallo! Lass uns Minecraft zusammen spielen! Wollen wir Minecraft zusammen spielen? Aber schlägst du mich? Ja, weil ich das Schwein töten will! Wenn du dazwischen rennst, lass mir das Steak! Hier ist das Steak für mich! Da! Nein, ich will es jetzt nicht mehr! Das hast du jetzt angefasst, das will ich jetzt nicht mehr! Lass mich geschlagen! Ich will kein Steak mehr, was du angefasst hast! Auch nicht! Alter! Komm mal gleich! Ich komm zu dir! Wollen wir spielen? Geh weg jetzt! Lass uns doch Minecraft spielen! Du! Nein! Warte mal! Ist da hinten Wasser? Kann ich dich ins Wasser bomben, wenn wir es vor Schläger? Wenn ich jetzt nochmal sterbe... Dann bist du vorbei! Warte, ich... Hau dich ins Wasser! Gleich? Geh weg! Ah! Geh weg! Geh weg! Einmal verbeugen! Geh weg! Einmal verbeugen! Geh weg! Geh weg! Und jetzt... Hallo! Willst du mal gucken? Willst du mal gucken? Lass mich jetzt einfach hin... Alter, was ist das schon wieder? Lass uns spinnen! Ich bin weg! Schön! Macht dir nicht auch Spaß da gleich? Nein! Komm, es macht dir Spaß! Nein! Du hast die ganze Zeit gelacht! Es macht dir richtig Spaß! Ich hab nicht gelacht! Doch! Und du sprengst mir wirklich meine Bude in die Luft! Ha? Ha? Hab ich dir schon zehnmal jetzt gesagt? Du würdest erst mal meine Bude in die Luft sprengen? Warum? Frag! Was hab ich dir getan? Ha? Was hab ich dir getan? Was fragst du ernsthaft? Ich... Ich baue mir einen Bunker! Du darfst mir aber nicht mein Grundstück wegsprengen! Ohne Scheiß! Mein Grundstück... Ich hab dir dein Grundstück auch nicht weggesprengt! Nein! Was ist das denn hier? Weil... Ja, aber... Was ist das? Wenn nicht ein Grundstück, was ist das? Über dir ist dein Grundstück! Da baust du dein Faust! Das ist mein Grundstück! Wo dann? Das hier ist mein Grundstück! Nein, das ist es nicht! Natürlich! Das ist gerade dein Grundstück! Aber nicht später! Du baust dir später wohl auch noch aus an der Oberfläche, oder nicht? Nein! Ist das dein Ernst? Ja! Sag's dir zu, damit ich hier... Ja, Grundstück! Ich spreng in dein Grundstück! Das ist mein Grundstück! Nein, das ist nicht! Doch! Nein, das ist nicht dein! Doch! Nein! Ich braue Öl... Ich merke schon, ich muss irgendeinen sicheren Ort holen dafür, dass ich mich nie gesprengt will. Weil Leute, ohne Witz dergleich macht das wirklich! Das ist das Problem! Nein! Ich würde es nicht machen! Ich würde ihm nicht die Bude nehmen! Nein! Das hast du jetzt nur zwei Mal gemacht! Ich würde ohne Witz, das war eher... Einmal war es kein Spaß! Einmal war es kein Spaß, genau! Einmal war es keine Absicht! Einmal war es keine Absicht! Einmal war es nur, weil ich habe einfach die Dortmund durch das Inventory Tweaks gesetzt. Aber das war keine Absicht! Und das andere Mal ist keinmal! So quasi, einmal ist keinmal! Das ist ja auch bei, wenn ich das einmal mache, keinmal! Doch! Weil das... Weil das war ja von mir... Das war ja von mir nicht so wirklich böse gemeint! Ja, es hat von mir auch nicht so wirklich böse gemeint! Ich meine, es ist dann auch total lieb! Weil du bist aus purer Rache! Nein, ich mache das dann total gerne! Ich mache das dann auch überhaupt nicht so... Das ist dann auch gar nicht böse gemeint! Das tut mir dann einfach leid! Das ist dann halt so ein bisschen Pech, weißt du! Ja! So! Hier ist ein Fackel! Ich baue mir jetzt schonmal einen Bunker! Mit meinen Truhen da drin! Weil ich muss Angst haben, dass er gleich mir das nicht in die Luft geht! Geht er gleich? Ja, das ist bestimmt nicht in die Luft, oder? Ich muss gerade mit einem blöden Skelett kämpfen! Muss man das Blatt kämpfen? Ja! So! Einmal das! Ich baue mir am besten noch Wien vor's Glas da oben rein! Oh mein Gott! So! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Was? Soll ich dir helfen kommen? Zwei Creeper! Nein! Du brauchst mir nicht helfen! Ich habe Feuerzeug für die Creeper! Ich will kein... Geh weg! Willst du jetzt zu mir kommen? Nein! Ich weiß ja wo ich hingehe! Ich will weg von den Creepern! Nein! Nein! Alter! Soll ich mir mal auf das Schleifbett kommen? Nein! Geh weg! Ich will dich nicht in die Luft jahren! Geh weg! Alter! Was ist mit der Spinne los? Warum ist die im Boden? Holy shit! Ich habe wenigstens mal einen kleinen Bunker! Den kannst du mir nicht in die Luft jahren! Du willst da aufsersetzen! Oder ich will einen Dach! Doch, ich bin ein Dachz! Das ist mit dem Dachz! Ich hab doch mal an! Nein! Ich bin ein Dachz! Chess! Nein! z mit und die Schmerzen unternehmen weil er gleich gut meint er dass er ein Bunker weg sprengen muss über sie mein Haus dass ich meine ganzen Trommelzeiten muss man erst was wirklich alles ist was ist erst mit dem in die Luft her aber sowas von... du kommst ja schon lang gelaufen! jaa geh mal, geh mal bitte weg! nein warum nicht? kommst jetzt einfach zu mir in meine Bude geh mal weg geh mal weg wo ist deine Bude? geh mal weg wo ist deine Bude? geh mal weg, ich hab grad keinen Platz geh mal weg was hast du grad nicht? ich hab grad keinen Platz ist mir egal geh weg wo ist denn deine Bude? da unten irgendwo? ist sie da unten irgendwo? nein ist es deine Bude? komm, die ist da unten irgendwo nein, das ist sie nicht nein, das ist sie nicht doch, doch, doch doch, die ist irgendwo da unten, ne? nein, die ist da nicht geh weg die ist irgendwo da unten komm, irgendwo da unten oh, ich hab's geschafft ohne dass er gleich mich tötet so nein, was machst du? du willst jetzt nicht wirklich auf meine Bude anbrechen, oder? wo ist sie denn? die ist... ich soll ich dir zeigen? nein, 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 nein nicht ich find sie schon ok, dann halt nicht ich hab noch gar nicht Eisen oh, ich hab noch meine Wacken entwickelt geh mal weg jetzt bitte von meiner Bude wieso willst du immer nicht auf meine Bude? hm? na klar geh mal weg ich hab hier nen Bunker gebaut da kommst du echt nicht rein du kannst nicht dadurch den kommenden Berg buddeln und du kommst da nicht rein du stehst halt den ganzen komplett Berg um der Bude herum weg nein fertig nein bleibt ja nix wilprig ja gleich ich bin fremdenfeilig gerade, ne? du wirst weggeschlagen, wenn du kommst willst du das ernsthaft frustrieren? ne, warum scheiß ich komm jetzt mal hier hallo, ja gleich hier ist meine Bude ja gleich, ich will sie gar nicht so was jetzt? alter bist du bekloppt? warum? schau dich einfach mal durch komm mir noch einmal zu nahe gleich komm mir noch einmal zu nahe gleich und du willst meine Bude aber ohne scheiß ich will dir eigentlich meine Bude zeigen guck mal ich will sie gar nicht sehen ich will sie gar nicht sehen ich will sie gar nicht sehen was? warum willst du mich nicht sehen? alter ja roh hilft das nicht wirklich dir? das Problem ist, ich muss jetzt alles in meinem Bunker machen weil du die ganze Zeit jetzt mein Haus ja und warum? was war vorher? kann ich irgendwas anderes machen? entschuldige nein, weil ich muss dir auch gucken, dass du nicht irgendwas weißt lass dich ja in Ruhe ja jetzt lässt du mich in Ruhe toll oh schon, nee, eine böse Idee super jetzt lässt du mich in Ruhe also ich frag dich noch einmal willst du meine Bude wirklich in die Luft sprechen? meinst du ernst? eh nicht Leute, der meint das du nicht ernst wenn ich erst einfach mit Bude weg spreche aber mein Bunker kommt sowieso nicht rein da gibt es keinen Weg ich komme zu dir schon, ne ja gleich bitte sag einfach du willst meine Bude nicht äh du lässt meine Bude in Ruhe ich springe alles weg du springst alles weg? alles bist du dir da sicher? jetzt springe ich alles weg du bist dir nicht sicher alles springe ich jetzt weg ist alles kaputt hin nein, machst du eh nicht ich kenn dich du machst das sowieso nicht weil du zu lieb dafür bist willst du? wird nichts mehr kein Stein mehr wird auf dem anderen stehen noch genau alles da alles weg? ja sowas von oh die Folge ist schon 33 Minuten lang wenn es euch gefallen hat dann wie immer einen Daumen nach oben schreibt was in den Kommentaren abonniert den Kanal und schreibt es immer tschüss